Für jeden Kill, den meine Teammates hier machen, muss ich einen Centashock essen Und das könnte relativ viel werden, da ich direkt zwei Teammates habe, die Kills sammeln können Aber damit ich eine Chance habe, meine Zunge nicht irgendwie in Säure aufzulösen Werden meine Kills dagegen gerechnet, Freunde Und somit herzlich willkommen zu 1 Kill gleich 1 Centashock Und ihr seht es, ich hab hier auf jeden Fall ein ganzes Glas voll mit den Dingern Und alles auch in verschiedenen Sorten, Freunde Deswegen bleibt gerne dran Und am Ende des Videos werden die alle auf einmal gesnackt Für alle, die nicht wissen, was für ein Centashock ist Die kosten, glaube ich, 10 Cent bei jedem Kiosk, der Und die sind extrem sauer Ja, nur 1, alleine geht noch Aber ich glaube, in der Masse werden die Katastrophen Let's go Ich werde jetzt so viele Kills machen, dass du gleich zum Kiosk laufen musst Und nochmal Centashocks kaufen musst Niemals, Freunde, ich hab 25 Centashocks 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 25 Centashocks, ich glaube nicht, dass ich über diese Zahl komme Brauchst du nicht? Brauchst du nicht, glaube ich nicht Die Sache ist ja, ich muss ja alle auf einmal essen am Ende Deswegen kann es ja eben so schlimm werden Denkt die 25 Stücke Ja, nacheinander ist kein Problem, Digga Alle auf einmal, das wird schlimm So, und ich muss direkt am besten eure Kills wegklauen, Digga, damit ihr keine habt Das Problem ist halt, wenn ich sterbe, könnt ihr einfach so viele Kills machen Wir wollten keine Kampfwasser gegen uns Hier ist jemand, das ist meiner Das ist meiner, Digga Wo ist der? Chill, Digging, warte Warte Ah! Hol ihn, hol ihn Digga, okay, let's go Wird man, Alter Ich glaube, gerade wird es vielleicht so aussehen, dass ich mehr Kills mache als beide zusammen Sagen wir es so Hä? Wenn beide zusammen es schaffen, mehr Kills zu machen als ich Dann esse ich einfach alle Bro, du hast jetzt einen Kill Was? Schüsste? Was, Alter, ich hab's falsch Ich wollte dir nur Angst haben Ich dachte schon, Digga Weil du Angst ja vor diesen Center Shocks hast Ich hab keine Angst vor Center Shocks Du hast richtig Ich hab so keinen Bock, alle 25 zu essen, Junge Du wirst alle 25 essen Ich werde jetzt hier die Gegner suchen Und ich werde von euch weggehen Und die Leute finden und jagen Killdecke, mach Digga, so ein Botdecke, Junge Ich hab, denkst du, zwei wieder nockt Na, ernsthaft? Ja Zwei Leute genockt Ja Ja, ein Center Shocks Chill, die sind doch nicht tot Ja, aber die sterben jetzt Nein Nee, sogar zwei Center Shocks Nein, nein, nein Hallo, hör auf, Digging Lass ihn am Leben Der Typ muss leben Wo ist dein Teammate? Bruder, ja, ich bringe deinen Kollegen Digging, hör auf Ey Er ist tot Du wirst die Center Shocks essen Wie viele Kids hast du jetzt? Ich hab jetzt zwei Aber ich hab noch einen ausgenockt Hier irgendwo liegen Und der ist jetzt auch tot Das heißt, ich hab drei Drei Kills, weißt du, drei Oh, Maschallah, Taxi, Digga So, jetzt fahr Komm, steigt er ein, Jungs Ich zeig euch, dass wir Gegner sind Irgendwann später Hier ist Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man Wo, wo ist Spider-Man? Hinter uns, hinter uns, über uns, über uns Oh, ich sehe ihn Ja, Bruder Okay, ein Hünder Okay Wo? Will ich nicht mal fahren? Okay, nein, fahr zu ihm, fahr zu ihm Hinter uns, Digga, ich sag, fahr zu ihm Er steigt aus Wo ist der Spider- Digga, der Typ, Junge Hab ihn Ach, Alter, ja, könntest du es mal, Alter Dein Marvin ist noch einer So ein Mill, Junge Da, den hab ich jetzt Nice, Junge Schön geklaut, Digga Ey, ich hab den so krass angehützt So, bitte gib mir Spider-Man Bitte gib mir Spider-Man Oh, ich breite Ich hab den die ganze Zeit so krass angehützt, ne? Egal, so, Freunde Jetzt hab ich Spider-Man, Digga Ich hab zwei goldene Waffen Alleine das sollte mich jetzt schon bringen Mehr als Kills zu machen Ihr habt, glaube ich, zusammen vier Kills Ähm, Marvin, wie viele Kills hast du einen, ne? Ja, ja, einen Und ich hab vier Zusammen habt ihr fünf Kills Ich hab zwei alleine Also ich muss noch drei Kills machen Dann hätte ich mehr als ihr Und da müssen wir die Sonntagbox essen Nein, keine Ahnung, was ihr dann macht, Digga Ich esse die dann trotzdem Ey, ihr habt Spider-Man beide, ne? Ja Ich nicht Deswegen, ja, ist mir egal, Digga Ich muss ein Team finden und das klatschen, Digga Und dann habe ich nicht drei Kills Dafür musst du erst mal ein Team finden Und das klatschen können Easy Du und Aim, Digga Als ob ich kein Team klatschen kann alleine Ne Warte mal ab, oder warte Ich mach's aus, du bist im Mongral Warte da hinten kurz, Digga Oh, fuck, hier ist jemand Ja, siehst du, heute ist doch schon, weinst doch schon gerade aus Der muss ja sterben, der muss ja sterben Okay, okay, okay Der muss ja sterben, nicht sterben Alles gut, alles gut, alles gut, früher Ich bin wieder weg, Jungs Ich mach doch nichts mit einem Team Digga, auf einmal kommen die mit Gleitern, beide Und auf ganz arg aggressiv Ja, okay Ich glaub, es wird doch ein bisschen schwieriger, Digga Wo sind die? Da oben Es schwingt weg Ja, da oben ist noch einer Ja, holt die anderen erst mal Nein, Junge, was machst du? Jungs, ich brauch Hilfe Bats Ja, ich hab nen Kill Ey, bei mir ist einer Komm Noch ein Kill Komm, den hole ich Ja, hab ich Nein Oh, so knapp Okay, Digging ist tot Stabil, gefällt mir Okay Ich hab vier Kills und ich hab auch vier Kills Ich hab vier Kills Ich hab vier Kills, Digga Marvin, wie viele Kills hast du? Äh, zwei Okay, ich muss nur noch zwei Kills machen Dann hätte ich mehr Kills Also zumindest gleich viele Kills wie ihr Ich könnte mich noch wiederholen Ja, wir holen dich auch noch wieder Marvin, geh mit Digga Mit Spider-Man Achso, stimmt Ah, ich hab ja Ja Marvin, kannst du mal gucken, ob du Dicken wiederholen willst Bei mir ist das eigentlich relativ egal, ob der jetzt wieder lebt So, weiter geht's Oh, das ist das Finale? Ja Ich muss beide killen Okay, ich muss alle Let's go, Digga Schlüsse Ja, ich seh ihn, ich seh ihn Ich seh ihn, ich seh ihn Okay, okay Das ist meine Geht weg von denen Zwei Kills muss ich machen Ja, einer Der war ja richtig schnell weg, Digga Marvin So, es leben noch zwei Leute Wenn ich jetzt noch beide kille Dann habe ich mehr Kills als die beiden zusammen Und das würde reichen, um das Ganze hier zu gewinnen Marvin, einen killen müssen wir noch haben Einen einzigen Nein, 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 nein Den killen macht ihr nicht Ich seh ihn Ich seh ihn Das ist meiner Ja, meiner Gleichstand Nein Ja Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Gleichstand, Freunde, gleichstand Der letzte Kill entscheidet Oh Nein Oh Hab ich den? Ich glaube, ich hab ihn Nein, der ist mal Marvin's kill Nein, 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 nein Das gucken wir jetzt nach Das gucken wir jetzt nach Wie viele Kills habt ihr? Okay, Match, Dizzy Ich hab viele Nominierungen Und viele Nominierungen Vier Kills hast du Wie viele hat Marvin? Nein Zwei Und ich hab sieben Nein Freunde Ein easy game, würde ich sagen, Digga Gar kein Problem Kurz mal mehr Kills gemacht Als die beiden zusammen Aber, Freunde Ich bin ehrlich Uns habe ich die Center Shock umsonst geholt Wir essen trotzdem alle Von daher wird jetzt Jeder einzelne Center Shock Wird jetzt hier aufgemacht Und jetzt seht ihr diese kleine Einblendung Wie 8 mit 10 Und sich Center Shock aufmacht 25 25 Center Shock Halt dich fern Und verpiss dich Nein, wir können nicht mehr reden Das ist nicht wichtig Hier seht ihr es Die ganze Tasse ist voll mit Center Shock Guck mal, die kleben einfach Die kommen einfach gar nicht mehr raus Aber gut Ich würde sagen Alle werden jetzt auf einmal In mein Münd gestippt Boah, ich hab jetzt schon Gänsehaut Boah, ich schwöre nicht Ich hab auch gar keinen Bock da drauf Richtig ekelhaft Das wird so eklig Meine Hände kleben so, Digga Junge Digga, meine Hände sind so klebrig gerade Ihr wollt gar nicht wissen Aber nur so kriege ich die auch alle gleichzeitig rein Ich ekel mich gerade voll Drei Zwei Eins Zwei 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 Guck wie der am Sam paran ist 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 Lauir Haaah Mmh Alter Ist das krass, Alter Freunde Seht ihr meine Augen? Ja Boah Ja Quom Nigga, ich bin komplett am weinen Freunde, ich konnte die nicht runterschlucken Hätte ich vielleicht so 10 und danach nochmal 10 oder so Weil das war ein bisschen zu groß Ich glaube, das würde auch keiner sehen, das Ding hier Lasst gerne einen Daumen nach oben da Schreibt hechtig Ehre in die Kommentare Bis morgen, macht's gut